Yo Leute, was geht? Ich begrüße euch und ja wir spielen die Marine Kampagne weiter. Marine und jo, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Ich werde jetzt noch ein bisschen aufnehmen. Ich habe noch ein bisschen Speicher, habe ich noch. Und den muss ich ja verbrauchen. Nein, aber ich habe gerade Lust noch aufzunehmen und warum dann nicht? Jetzt hier, Alien vs. Predator oder Aliens vs. Predator. Die Ladezeiten sind auch ganz komisch in dem Spiel. Mal sind die voll kurz und mal sind die lang. Okay, ab geht er. Was haben wir jetzt noch für eine Waffe? Ah, den Flammenscheiß. Ja, okay. Aber, bam, wir haben wieder ein Tagebuch gefunden. Ist gut, hör mal. Da ist ein Predator. Beginnt jetzt der Kampf gegen die Predator, oder wie? Sehe ich das richtig? Soweit ich weiß, kommen hier jetzt doch Aliens, oder? Ist aber auch irgendwie naheliegend. Hier ist Leben. Ganz wichtig. Wie maximale Anzahl. Super. Level fängt neu an. Also haben wir maximal... Medikids. Bis hier jetzt noch irgendwo was. Also hier sind ja noch nicht mal gerade Aliens. Oh, scheiße. Ist das dein Ernst jetzt? Wir gehen da jetzt hin. Aber erst mal holen wir uns das hier. Und das hier. Naja. Spitt at me, will you? Ich finde diesen Schub, also das Rennen an sich, ist total behindert gemacht bei den Menschen. Hä, was muss ich denn machen? Muss ich nach oben und von oben aus gucken, oder was? Dann schauen wir mal. Ah, guck mal an, da ist er. Oh, her damit. Schneibriger. Ha! Geil. Die Waffe ist nämlich auch nice. Nicht so wie der scheiß Flammenwerfer. Hier können wir doch jetzt als, genau, als Sekundärfunktion können wir ranzoomen. Kommt ruhig. Bam! Und die macht One-Hit. Ah ja, und wir können aus dem Stand schießen. Ha! Also eigentlich spricht alles genau für diese Waffe. Jetzt ist doch auch hier das Tor auf. Ja, genau. Da liegt noch was. Munition, okay. Hier habe ich doch gerade einen Predi gehört. Den Predator. Hätte ja sein können, dass der sich da irgendwo rumtreibt. Hier ist ein Audiolog. Ich habe gerade gedacht, das bewegende Gras hier oder die Blumchen, Blümchenpflanzen, Palmgewächs, was auch immer, wäre irgendein Alien. Hier komme ich nicht rein, okay. Sind hier irgendwo Aliens. Sehen tue ich gerade keine, aber das heißt ja bekanntlich nichts. Ich renne einfach mal hier vorne hin. Hier liegt ja nirgendwo was. Jedenfalls nichts, was man sieht. Hier ist ein Alien und da vorne liegt ein Audiolog. Wo ist denn das madige Alien? Das wird mir gerade auch nicht auf dem Radar angezeigt. Ich höre zwar das Piepen, aber nix hier. Kann es sein, dass ich jetzt extra von hier aus zurücklaufen kann oder muss sogar. Also das ist hart. Oh! Habe ich Granaten? Ja. Meine Sniper-Money verbrauche ich jetzt bestimmt nicht dafür. Hier war zum Beispiel jetzt noch ein Nest, wo die Viecher noch gelebt haben. Da haben wir ja schon mal eine Brutstätte mehr oder weniger gefunden. Boah, voll die Munitionsverschwendung glaube ich, aber egal. Was sein muss, muss sein und hinter uns ist ein Alien. Tschüss! Boah, wie viele! Also hier will ich nicht dabei gewesen sein, als die geschlüpft sind. Ich muss mich mal eben anders hinsetzen. Hier, einen Moment. So! Aua! Da stößt man sich hier den Knöchel. Gibt's ja wohl nicht. So, so, so. Geht doch. Meine Güte. Muss mich mal hier gerade hinsetzen. Kann ja wohl nicht angehen. Bevor ich das betätige, wissen wir ja, was wir zu tun haben. Und zwar den Audiolog einsammeln. Ich wusste gar nicht, dass da einer ist, aber... Schön, dass da einer ist. Vielleicht sollte ich mal das Sniper auswählen. Wer weiß, was gleich auf mich wartet. Warum qualmt das? Und mal wieder müssen wir was hacken. Und uns wahrscheinlich vor Aliens retten. Haha. Ha. Wenn die hier durchkommen... Spawn kill. Wie und jetzt? Das war's. Ah, ja. Seht ihr das? We are taking fire. We are taking fire. And see the shooter. Come on fucking firing down there. Was ist denn das da? Komisch. Oh, scheiße. Welch ein Zufall. Jetzt müssen wir doch tatsächlich zurück... ...durch das Tor zur Absturzstelle vom Flugzeug. Wundert das jetzt ein? Finden sie einen Weg aus dem Dschungel? Aus dem Dschungel, sag ich. Aus dem Sumpf. Kein Ding. Wir gehen einfach zurück den Weg und dann geht das schon. Oh, wir haben ja richtig viel Munition für das Sniper. Das ist natürlich klasse. So gut wie die Waffe ist. Hä? Aber wir müssen tatsächlich zurück. Okay. Müssen wir doch wieder durch das Tor. Hm. Okay. Renn, Junge. Renn. Ach, guck mal an. Da ist ja was. Da ist Arum. Arum ist hier. What? Verpiss dich, Alter. Was hast du denn genascht? Du Scheißvieh. Ich habe mal Sniper-Muni bekommen und erst einmal heilen. Damit wir auch wirklich alle Balken voll haben. Kann ja wohl nicht sein. Was geht mit denen ab? Ah, jetzt ist das Tor aufgegangen. Ja, okay. Es war einfach... Geh nochmal zurück, dann gehst du nochmal dahin und so weiter. Jetzt habe ich wieder keinen Sound. Was ist so in der Scheiß? Jetzt, wo die Aliens kommen. Wo ich den brauche. Ah, scheiß drauf. Du kannst auch sterben. Hinter mir. Ist er wieder am stinken? Kopfschuss. Da ist auch einer. Wo sind sie denn? Wartet mal. Oh, hallo. Hä? Was hat mich bedrungen? Was? Ähm, bitte? Neustart vom Kontrollpunkt. Wahrscheinlich. Ja, komm. Verpiss dich wieder. Ich mache mich nochmal voll. Bisschen heilen nochmal. Keine Ahnung. Das muss ja wohl ein Spielbug sein. Vielleicht habt ihr ja jetzt trotzdem Sound. Das wäre natürlich fett. Tschüss. Tschüss. Scheiß Alien. Jetzt habe ich wieder Sound. Komisch. Hä? Die können ja auch so spucken, ne? Alter. Wie ich ihn nicht treffe. Bin ich schlecht. Mein Gott, ey. Nein. Verabschiede dich. Von der Welt. Du Kackbun. Muss ich überhaupt lang? Jetzt muss ich doch wieder hier lang. Kannst du mir bitte mal den richtigen Weg zeigen? Mein Gott. Das macht aber auch nicht immer One-Hit, ne? Komisch. Ach, der Bereich von Predator. Ganz am Anfang. Guck mal, hier müsste doch bestimmt irgendwo ein Audiolog liegen. Ha, guck mal an. 26 haben wir. Shotgun. Shotgun nehme ich jetzt aber mit. Hör mal. Statt dieser anderen Kackwaffe da. Obwohl, vielleicht war das jetzt auch ein Fehler. Egal. Wir wollen ja auch Abwechslung. Scheiß, wie. Hast du gedacht, du kriegst mich dran? Hier ist ein Generator. Okay, ich muss wahrscheinlich gleich das Teil da irgendwo hinbringen. Hier sind alle Gebäude auf, wenn man Marine ist. Och. Dann kicken wir uns hier natürlich mal um. Ah, hier ist noch so ein Teil. Okay. Das heißt, es könnte schon vorkommen, dass man zwei oder auch drei von den Dingern transportieren muss. Das ist nur wohin. Wahrscheinlich dann hier rein. Und, äh, damit hier wieder voller Saft drauf ist. Ja, sag ich doch. Oder man hat einfach nur diese drei Gebäude zur Auswahl. Nehmen wir einfach mal das hier. Wahrscheinlich kommen jetzt Gegner. So, das war dann so der Trigger. Schade, dass ich mit dem Ding nicht rennen kann. Aber das Vieh ist, das Vieh vor allem. Der Mensch hier scheint wohl zu blöd dafür zu sein. Jetzt kann ich hier rauf. Sag ich doch. Ist hier vielleicht noch... Nö, ist nicht. Ich dachte vielleicht noch ein Audio-Log, aber nein. Meint wohl, es wäre was Besseres. Da ist Leben. Das wollen wir natürlich haben. Hier ist ein... Da war ein kleines Alien. Scheißvieh. Hallo. Okay, das war der Predator. Verlassen Sie die Durchgangsstation. Ja, machen wir. Liebend gerne. Hier sind mir nämlich viel zu viele komische... Gestalten. Geil, wir können gegen Predator kämpfen. Meiden Sie die Feinde und fliehen Sie aus der Durchgangsstation. Warum nicht wir gegen den Predator kämpfen? Bitte, los. Na, geht nicht. Geht nicht, geht nicht. Schade. Als ob der Predator da nicht rüberkommt. Einfach mal so ein Flair werfen. Könnt ja was bringen. Was liegt hier? Snipermonie, das ist schön. Die wissen, die Waffe ist jetzt momentan die beste. Deswegen geben wir denen dafür Munition. Das ist nett. Hier liegt ein Audiolog. Ich gehe hier mal lieber so einigermaßen anständig rum. Nicht, dass ich dann am Ende voll Leben verliere. Hier ist nix. Bisschen Licht gemacht. Was liegt hier? Ach so, nur eine Lampe. Super, eine Lampe. Ah, wir sind ja ganz am Anfang. Ich bin ja mal gespannt, gegen was in der Menschenkampagne der Endkampf stattfindet. Ich glaube ja nicht, dass das gegen Predator ist. Aber auch nicht gegen... Aber ich denke auch nicht gegen das Preda-Alien. Aber obwohl, Moment, wir haben die Königin ja schon getötet. Dann kann es schon mal nicht gegen die Königin sein. Hm. Boah, habt ihr diesen Kill gesehen? Schöner Double Kill. Hier war noch einer. Na, geh down. Ja, warte. Hier ist noch einer. Oh, shit, 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 shit. Hä? Wieso habe ich gerade Schaden bekommen? Was ist hier los? Dann gehen wir mal weiter gucken. Kann ja wohl nicht sein. Wahrscheinlich war da wieder Säure. Von den scheiß Aliens. Gucken wir mal. Ach, guck mal, hier sind diese Typen. Oh, ich hoffe, wir müssen jetzt noch nicht den ganzen Scheiß ablaufen, wie es in Predator der Fall war, ganz zum Abschließen. Ey, was soll die Kacke? Das ist jetzt auch unser Gegner. Alter, der hat keinen Kopf mehr. Das war ein combat-Android. Sie sind illegal. Das ist typisch von Karl. Sie hat die Regeln immer wieder geblieben. Also Kampfdroiden waren das, ja? Mit Wirbelsäule. Okay. Sinn? Ich sehe gerade, wir haben 16 Minuten. Das heißt... Hier sind Aliens. Ah, nee, Androiden. Okay, wartet. Bevor wir uns den hier vornehmen. So. Jetzt mache ich einen Schnitt. Meld mich dann einfach gleich nochmal. Bis dahin und haut rein. Für noch mehr Alien vs. Predator musst du nur aufs Video klicken und du kommst zu meiner Playlist. Bitte ... Amit. gray f ie Untertitelung des ZDF, 2020